50 Euro, the red one. Wenn der Laden offen hat, hätte ich würde schreien, gehen Sie kaufen. This one is 29. Ist das nicht der Draht da oben um die Motoren? Nein, 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 nein. Ganz normal aufgehängt an so einem drehbaren Gelenk, glaube ich, oder? Nein. Stoppen die Abends einmal an und bis morgen wird das dann durch. Das ist nicht so schlecht. Nein, nein, das ist... Der Haken ist ja stark. Bei Kuchen oder so? Das ist faszinierend.